Dein Stuhl bringt dich langsam um, zumindest wenn du für mehrere Stunden am Tag auf einem Stuhl sitzt. Warum das so ist und was du dagegen tun kannst, das erfährst du in diesem Video. Wir können sehr gut verstehen, dass du immer noch auf einem Stuhl sitzt, obwohl du weißt, dass es ungesund ist und es vielleicht sogar auch spürst. Das Problem ist, alle machen es so und wir haben es alle, inklusive uns, so gelernt. Lasst uns zum besseren Verständnis erstmal die Geschichte des Stuhls anschauen. Gehen wir mal ganz zurück, wir sind Homo Sapiens, Jäger und Sammler und damals Nomaden, also immer in Bewegung. Stühle und Sessel, geschweige denn Couch, das gab es nicht, haben wir nicht nach A und B transportiert. Also Sitzen hatte da keine besonders große Relevanz und wir waren ja auch sehr, sehr aktiv und sehr stark in Bewegung. Sesshaft geworden, ich finde witzig, dass das so heißt, ist der Mensch 9000 vor Christus, so plus minus, hat sich angesiedelt, zusammengerottet und jetzt brauchte es einen Chef, eine Chefin. Und bei der Zusammenkunft musste dann Chefin oder Chef hervorgehoben werden und dafür gab es dann einen Stuhl vom Wort Stuhle, was Thron heißt. Das heißt, der Stuhl hatte in dem Moment einen rein repräsentativen Charakter und das war noch kein großes Problem, weil da hat man nicht lange drauf rumgesessen. Das gemeine Volk hatte auf jeden Fall keinen Stuhl, die durften allerhöchstens auf so einem Dreibein sitzen, also nicht beim Kuhmelken. Und außerdem war ja auch damals noch das Leben sehr physisch und es wurde sich sehr, sehr viel bewegt. Zeitsprung ins Hier und Jetzt, den Chefsessel, den gibt es auf jeden Fall immer noch. Das große Problem ist, der Mensch in der westlichen Welt ist auf einmal gezwungen, acht Stunden am Tag darauf zu sitzen. Und das bei einem sehr bewegungsarmen Alltag. Also wir haben dieses Konzept des Repräsentierens eines Stuhls nicht wirklich verlassen. Jetzt haben wir eine extreme Vielfalt im Design, also wir können richtig gut repräsentieren in jedem Designer-Office, aber wir haben eine totale Einfalt in der Nutzung des Stuhls. Und wir haben einfach diese Grundidee des Stuhls nicht auf Gesundheit und Funktionalität überprüft, damit wir diesen langen Zeitraum darauf sitzen können. Ja, mittlerweile gibt es ja nun tausende Studien, die belegen, dass Sitzen ungesund ist. Wie sieht jetzt die Strategie aus, das Sitzen gesünder zu gestalten? Unser Wahrnehmung nach wird versucht, etwas, das von Grund auf dysfunktional ist, in Richtung gesund zu optimieren. Ergonomie am Arbeitsplatz ist hier das Keyword. Und hier mal auszugsweise ein paar Empfehlungen, die das Sitzen gesünder machen sollen. Das lese ich kurz von meinem Paleo-Tablet ab. Höhenverstellbarkeit des Bürostuhls und der Rückenlehne. Die Unterarme sollten entspannt auf dem Schreibtisch aufliegen, damit die Schultern locker hängen können. Armlehnen in spezifischer Höhe kommen zum Einsatz. Des Weiteren gibt es Empfehlungen für Tastatur, Maus und Monitor. Und vielleicht sogar ein höhenverstellbares Schreibtisch, beziehungsweise das Arbeiten komplett im Stehen als vermeintliche Lösung für das Ganze. Ja, und dann haben wir ja noch das Thema mobiles Sitzen. Also ich nenne es auch gerne die Wobbly-Dobbly-Stühle. Ja, es ist natürlich besser, auf einem Stuhl zu sitzen, der keine fixierte, starre Sitzfläche hat. Aber die Lösung ist es definitiv nicht. Was sind jetzt die negativen Konsequenzen davon? Ja, kommen wir mal auf den Titel des Videos zurück und sprechen tatsächlich mal über die Mortalität. Da gibt es, finde ich, eine recht plakative Studie schon von 1953. Da haben sich die Menschen ja noch viel, viel mehr bewegt als heute. Aber da wurde untersucht, dass der Busfahrer, der eben immer auf seinem Stühlchen vorne sitzen muss, früher verstirbt als der Kontrolleur, der permanent in Bewegung ist. Ja, und aktuelle Studien aus den USA und Australien haben gezeigt, dass Menschen, die in Bewegung sind, circa fünf Jahre länger leben als Menschen, die sich eben wenig bewegen. Weitere mögliche Folgen von zu langem Sitzen auf einem Stuhl sind auszugsweise, und das darf ich jetzt vom Paleo-Tablet vorlesen, Bluthochdruck, Diabetes, ein erhöhtes Herzinfarkt-Risiko. Herzinfarkt ist ja die Haupttodesursache Nummer eins. Dann haben wir natürlich negative Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit. Die geht nach unten. Und dann haben wir natürlich Fehlhaltungen, die einfach begünstigt werden. Die Muskulatur verkürzt sich, sie verspannt sich. Und das führt dann eben auch zu unserer Volkskrankheit Nummer eins in Deutschland, Weltkrankheit Nummer eins, nämlich den Rückenschmerzen. Kommen wir zum wichtigsten Teil. Wie kann man es besser machen? Wie können wir das Sitzen jetzt gesünder gestalten? Seitens der Wissenschaft gibt es da schon konkrete Vorstellungen, wie man das machen kann. Der Professor Dr. Ingo Frohböse von der Sporthochschule Köln empfiehlt zum Beispiel, wenn wir von einer Stunde des Sitzens ausgehen, die sogenannte 40-15-5-Regel. Das heißt konkret 40 Minuten dynamisch sitzen, also häufig die Sitzposition wechseln. 15 Minuten sollen wir dann im Stehen verbringen. Das auch dynamisch. Mal das Standbein wechseln, mal das Bein strecken, mal das Bein anheben oder auch mal eine Dehnübung machen. Ja, und fünf Minuten aktiv umhergehen. Also zum Kopierer oder mal Kaffee holen oder zu netten Kollegen aus der Buchhaltung mal vorbeischauen. Ja, die fünf Minuten Bewegungen, denke ich, die sind klar, die müssen wir nicht weiter beleuchten. Spannend finde ich, dass es nur 15 Minuten sind beim Stehen. Denn die allgemeine Meinung da draußen ist ja schon, ja, jetzt habe ich einen Stehschreibtisch und jetzt wird alles gut. Ich arbeite jetzt halt im Stehen als im Sitzen. Dem ist also nicht so. Das wurde also jetzt auch schon widerlegt oder belegt, dass Stehen alleine nicht die Lösung ist. Aber wirklich entscheidend sind die 40 Minuten dynamisches Sitzen. Also die Empfehlung, 40 Minuten dynamisch zu sitzen, die halten wir für absolut richtig. Aber die steht ja irgendwie im Widerspruch zum ergonomischen Arbeitsplatz, wo ja vorher versucht wurde, diese eine optimale Sitzposition zu finden und die am besten nicht mehr zu verlassen. Der Knackpunkt dabei ist aber letzten Endes der Stuhl. Denn wenn ich dynamisch, wenn ich bewegt, wenn ich variabel sitzen möchte, dann brauche ich ja irgendwie auch eine Spielwiese dafür. Und das gibt einfach einen herkömmlichen Stuhl nicht her. Und dann haben wir auch den Punkt, dass man auf einem herkömmlichen Stuhl nicht artgerecht und somit keinenfalls gesund sitzen kann. Wir haben uns gefragt, wie sieht artgerechtes und somit gesundes Sitzen eigentlich aus? Und die Antwort, die haben uns die Kinder gegeben. Weil gesundes Sitzen liegt tatsächlich in unserer DNA. Kein Kind würde einen Stuhl und einen Tisch zum Spielen benutzen. Ja, gesundes Sitzen haben wir alle auf dem Boden unseres Kinderzimmers höchst selbst praktiziert. Also wir sprechen da von dem Fersensitz, von dem Kretsch-Sitz, von dem Schneidersitz und natürlich von der Hocke. Was des Menschen natürliche Ruhehaltung ist, können wir nur noch in Asien bei den Erwachsenen beobachten. Die Kinder machen es, obwohl wir ihnen es nicht vormachen. Und damit dieses gesunde Sitzen jetzt auch am Tisch, am Schreibtisch möglich ist, genau zu diesem Zweck haben wir unseren Paleo-Chair entwickelt und haben gewissermaßen so den Boden nach oben geholt. Unser Paleo-Chair ermöglicht eine Vielzahl an Sitzpositionen. Und so lässt sich die Empfehlung der Wissenschaft, also 40 Minuten dynamisch zu sitzen, ganz einfach umsetzen. Ja und zusätzlich bietet er auch beim Stehen sogar ein bisschen mehr Variabilität und wir zwei benutzen ihn sogar als kleines Trainingsgerät. Der Paleo-Chair ist unserer Ansicht nach das einzige gesunde Sitzmöbel am Markt. Also wenn du dich nicht langsam von deinem Stuhl umbringen lassen willst, dann stell am besten sofort auf gesundes und artgerechtes Sitzen um. Mach es am besten so wie wir und viele andere glückliche Paleo-Chair-Nutzer und sitz in Zukunft auf deinem eigenen Paleo-Chair. Und genau morgen am Black Friday machen wir es dir so einfach wie nie. Denn traditionell gibt es dort den Schnapp des Jahres. Versprochen, an keinem anderen Tag kriegst du den Paleo-Chair so günstig. Den Link zum Shop, den pinnen wir dir einfach hier in den Kommentaren an und packen den hübsch ins Beschreibungsfeld rein. Und sind an dieser Stelle wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.